Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wieder mal 60 Seconds auf der Schwierigkeitsstufe Leicht. Haben wir noch nicht gemacht bisher. Ich bin gespannt, ob das Spiel dann wesentlich leichter ist. Auf jeden Fall hat man mehr Zeit zu sammeln oder beziehungsweise erstmal zu schauen und zu sammeln wird die Zeit wahrscheinlich gleich sein. Zu gucken, wo alles ist. Fangen wir mal an. Viel Spaß. Ihr könnt schon mal während ich sammle einen Daumen nach oben gerne da lassen. Oder ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich werde in der Zeit mal sammeln, damit wir auch so gut es geht die Ausrüstung alles unten haben. Da bin ich nämlich wirklich mal sehr gespannt, was hier passiert. Hier ist die Karte. Das ist wichtig. Taschenlampe habe ich schon gesehen. Das Büchlein können wir sicherlich auch noch mitnehmen. Jawohl. Wir brauchen auf jeden Fall noch das Radio. Axt wird mehr haben, ja. Aber Suppe kann man noch mitnehmen. Wir müssen mal nach dem Radio schauen. Und vorhin müssen wir erstmal unsere... Da ist das Radio. Äh, unsere Leute hier mit runternehmen. Hier ist das Radio. Jawohl. Das muss mit runter. So, Timbo schnell einsammeln. Die Axt war da noch. Die kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Ah, die Munition schnell noch. Jawohl, die kriegen wir noch. Gut, ich habe jetzt irgendwie kein Wasser so richtig mit runtergenommen. Ein bisschen was ist ja immer da. Und es ist ja auch leicht. Also werden die uns wahrscheinlich die Regale doch voll machen. Hoffentlich. Also, schauen wir mal auf unser Inventar. Jo, dreimal Wasser. Also, wir haben eigentlich Gefühl, wir haben alles, glaube ich. Wir haben das Vorhängeschloss, wir haben das Medkit, wir haben die Maske, wir haben das Insektenspray, wir haben die Munition, wir haben das Gewehr, wir haben die Karte, wir haben das Radio, den Koffer, die Axt, wir haben den Boy Scout, das ist Handbuch, Überlebenshandbuch, wir haben die Taschenlampe, wir haben das Spiel, wir haben die Spielkarte und die Mundharmonika. Ja, also, wenn wir es jetzt nicht schaffen, weiß ich es auch nicht. Wir haben dazu dreimal Wasser und viermal Suppe, so wie es aussieht. Unten lag schon das Insektenspray, die Mundharmonika und das Spielbrett. Plus die Axt, plus das Vorhängeschloss. Jo, besser geht's bisher nicht. Aber das Spiel wird sicherlich noch einige Überraschungen für uns bereit halten, so wie ich das kenne. Und sie machen es auch leicht so fair, oder so einfach tatsächlich, dass man auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Weil bei mir ist das schon lange her. Das heißt, wir schicken Mary Jane raus, wie immer, würde ich sagen. Noch ist nichts passiert. Wir tun unser Bestes, um Ruhe zu bewahren. Unsere Lage ist alles andere als normal und vielleicht gewöhnen wir uns nie daran. Wir hoffen, dass bald die zugesagte Hilfe kommt. Jo, hoffe ich auch. Wird Zeit, dass wir entscheiden, wer die Überreste unserer Stadt nach Vorräten durchsucht. Wer soll es tun, dass Ötland wartet? Mary Jane mit dem Koffer und der Gasmaske. Da wird wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit auch niedriger sein, dass die Protagonisten, die wir daraus schicken, dann auch sterben werden. Jetzt brauchen alle Wasser, so wie ich das sehe. Jawohl. Hier unten verliert man sein Zeitgefühl. Wir haben keine Ahnung, ob es Tag oder Nacht ist. Unser Schlafrhythmus ist durcheinander. Diese grässlichen Lampen helfen auch nicht. Aber wir können nicht auswechseln. Also wir können sie nicht auswechseln. Irgendwas müssen wir doch tun können. Ja, das Med-Kit nehmen wir nicht. Dann sind jetzt alle halt mal ein bisschen müde. Denn auch hier wird bestimmt irgendwann einer krank. So wie ich das alles kenne. Wir haben versucht, die Symptome zu ignorieren und ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Ohne Erfolg. Wir sind nur noch müder als vorher. Und bald werden noch weitere Probleme auf uns zukommen. Hoffen wir mal, dass unser Genen Räuber abschreckt und uns vor der Strahlenkrankheit bewahrt. Seit unserem ersten Tag im Atombunker fragen wir uns, was es mit der anderen Tür im Bunker auf sich hat. Sollte sie da sein? Wo führt sie hin? Höchste Zeit, Antworten zu finden. Also wir können jetzt mit dem Gewehr oder mit der Taschenlampe nachsehen, was da drin ist. Ja, machen wir mit dem Gewehr, beziehungsweise wir machen es mit der Taschenlampe, weil ich glaube, bisher war da nichts drin. Da war immer nur gar nichts. Wir haben jede Ecke des Raums abgesucht, aber nichts gefunden. Tja, das war pure Zeitverschwendung. Ja, hätte man offensichtlich auch skippen können. Jeder neue Geruch dringt uns in diesem kleinen Bunker sofort in die Nase. Wir können ihm kaum aus dem Weg gehen. Als ein einzelner Ziegel sich aus der Wand gelöst hat, werden unsere Sinne sofort von einem fürchterlichen Gestank aus der kleinen Öffnung betäubt. Wir sollten uns das Loch vielleicht anschauen und die Ursache für diesen Gestank finden. Nein, nein, das Radio ist kaputt. Da kam was rausgesprungen. Ja, ich dachte, aus so einer Klappe kommt das Ding rausgesprungen. Fuck. Wir haben uns vorsichtig dem Loch genähert und einen Blick hineingeworfen. Wir hätten fast einen Herzinfarkt bekommen. Ein durchgedrehtes Nagetier, Reptil oder was auch immer dieses schräge Vieh war, sprang heraus und rannte wie verrückt im gesamten Bunker umher. Es war überall. Wir konnten es nicht fangen. Bevor wir irgendetwas unternehmen konnten, stieß es unser Radio vom Tisch und verschwand wieder in dem Loch, aus dem es gekommen war. Wir haben es nie wieder gesehen. Mist, ey. Ich wusste, dass es sowas gibt, aber dass es dabei kommt... Ja. Ist wieder super. Ja, wir sind schon eine Weile hier unten und wissen nicht, was da oben los ist. Wenn wir nur ein paar Notfalldurchsagen im Radio hören könnten, um ein paar Infos zu bekommen. Ja, wenn wir nur ein paar Notfalldurchsagen im Radio hören könnten. Ja. Sie sagen's. Sie sagen's. Jetzt muss man irgendwie gucken, wie wir weiterkommen. Unwissenheit ist ein Segen. Ein weiterer Tag in Ahnungslosigkeit wird uns auch nicht umbringen. Wollte, ne? Alle bekommen alles. Der Konstrukteur dieses Atombunkers war ein Genie. Aber wir sind nicht sicher, ob das aus dem Rohr tropfende grüne Zeug auch zum Lieferumfang gehört. Wir sollten wohl versuchen, dieses Problem mit der von uns mitgenommenen Ausrüstung zu beheben. Dann nehmen wir den Boy Scout und beheben das Problem, weil der wird, glaube ich, nicht kaputt sein. Mary Jane ist auch wieder zurück. Ja, hat ein bisschen was gesammelt. Kein Radio leider. Der Koffer ist weg, aber die Gasmaske ist wieder da. Plus einmal Suppe, plus zweimal Wasser. Damit können wir auch leben. Ja. Selbstverständlich schicken wir jetzt den nächsten raus. Heute waren äußerst kuriose Besucher da. Einer hat zwei Steine aneinander geschlagen, um die Geräusche eines galoppierenden Pferdes zu imitieren. Sein Begleiter tat so, als reite er besagtes Pferd. Sie behaupteten, auf der Suche nach irgendeinem magischen Becher zu sein, sich aber im Ödland verlaufen zu haben. Sie baten, um Erlaubnis, einen kurzen Blick auf unsere Karte werfen zu dürfen, um ihren Aufenthaltsort zu bestimmen. Dürft ihr selbstverständlich. Ja, die Karte ist noch heile. Ah! Sie wirkten sehr freundlich, also ließen wir sie einen Blick auf unsere Karte werfen. Sie danken uns und boten uns im Gegenzug einige Vorräte an. Wir nahmen sie gütig entgegen und wünschen ihnen viel Glück bei ihrer Suche. Danke für das Radio. Alle sind ein bisschen hungrig. Marijane hat Hunger. Kring, komm! Das ist ja Schwierigkeitsstufe leicht, da können wir denen noch schön was zu essen geben. So, Timbo darf raus mit der Gasmaske. An Vorräten solltest du ja wohl nicht scheitern jetzt hier. Timbo ist ins Ödland verschwunden. Sieh zu, Junge. Wenn uns jemand aus dieser verdammten Situation retten kann, dann unsere Regierung. Wer die Regierung schlecht macht, ist entweder ein Schwarzmaler oder ein Kommi. Wir sind gute Bürger, wir haben immer unsere Steuern gezahlt, also wird Uncle Sam ganz sicher kommen, um uns zu retten. Naja, außer das eine Mal, als wir... egal. Die Leute von der Regierung werden kommen und wir sollten Augen und Ohren nach ihnen offen halten. Schön, dass wir das Radio wieder haben. Jetzt wird möglicherweise die Strahlung auch verschwunden sein. Wir wussten es, die Regierung wurde nicht gestürzt und sie kommen zu unserer Rettung. Sie haben kein genaues Datum in ihren Radioübertragungen genannt, aber wir sind sicher, sie werden uns nicht lange warten lassen. Sie haben gesagt, dass sie in ein paar Tagen Kontakt aufnehmen und wir weitere Anweisungen abwarten sollen. Okay, dann ist die Strahlung doch noch da. Ja, alle müssen trinken. Wir spielten eine Partieliste der Dinge, die ich am meisten hasse und der Name unseres Nachbarn war immer wieder ganz vorne mit dabei. Das erinnerte uns daran, dass dieses kleine Wiesel einen Tresor in seinem Wohnzimmer hatte. Wir haben uns schon immer gefragt, was sich wohl darin versteckt. Vielleicht finden wir es ja jetzt heraus, aber wer erhält die Ehre, unseren Erzfeind auszurauben? Mary Jane, weil Mary Jane eine Maschine ist, die kommt immer wieder. Irgendwas bekommen war, glaube ich, jetzt auch. Äh, ja, den Koffer, ne? Jawohl. Wir marschierten zu Nettes Haus und fanden den Tresor geöffnet vor. Sein Inhalt war fast komplett zerstört, aber ein paar Dinge konnten wir noch retten. Von Nett keine Spur. Erst wahrscheinlich der radioaktiven Strahlung erlegen. Alles in allem war es ein sehr schöner Tag. Das sag ich auch. Letzte Nacht hat Ted Zeta und Mordio geschrien und den ganzen Bunker aufgeweckt. Er hatte fürchterliche Angst und schrie etwas von radioaktiven Tentakelmutanten auf seinem Gesicht. Es war jedoch nur Mary Jane, die im Dunkeln auf sein Gesicht getreten war. Ted hat das alles sehr persönlich genommen und verlangt nach medizinischer Versorgung. Also ich kenne das nicht. Ich kann mir aber vorstellen, was passiert. Wenn er keine medizinische Versorgung bekommt, wird er durchdrehen. Wenn er so bekommt, nicht. Aber das Medkit ist weg. Also würde ich ihm jetzt das Medkit geben, damit er nicht durchdreht. Korrigiert mich, wenn ihr das wisst und es nicht so ist, aber irgendwas ist da wieder. Oh, das Medkit ist noch ganz. Das ist schön. Mary Jane hat Ted dabei geholfen, seine Verletzungen zu versorgen. Beide sehen nun recht zufrieden aus. Ende gut, alles gut und Ted hat auch schon beinahe seine ursprünglichen Gesichtsformen und Farbe wieder erlangt. Okay, das ist schön. Mary Jane wieder Hunger. Klingeling. Da waren wir und dachten, wir würden nie wieder ein Telefon hören. Doch dann fing plötzlich irgendwo draußen eins an zu klingeln. Es ist wahrscheinlich die Telefonzelle auf der anderen Straßenseite. Soll einer von uns rangehen? Nein. Jedes Mal. Die Tür ging. Timbo ist zurück. Timbo hat die Gasmaske mitgebracht. Und eine Suppe. Naja. Besser ist nix, Timbo. Essen kriegen alle. So, dann schicken wir jetzt Mary Jane wieder nach draußen. Wie ist denn ihr Zustand? Mary Jane fühlt sich fantastisch. Ja. Wir haben unsere Karte genauer untersucht und ein paar seltsame Symbole an einigen Stellen gefunden. Es sieht so aus, als ob jemand in der Gegend etwas versteckt und den Weg dorthin markiert hat. Sollen wir jemanden auf die Suche schicken? Ja, Mary Jane auch. Die macht alles. Ich glaube, dass verhältnismäßig, ja, äh, verhältnismäßig sicher ist, dahin zu laufen. Nein, die Karte ist weg. Wir sind den Richtungsangaben der Karte genau gefolgt. So genau, dass wir in einen Trümmerhaufen gelaufen sind und das Ding kaputt gegangen ist. Damit ist die Schatzruhe vorbei. Oh ne, das hatte ich noch nie. Die Karte ist immer heile geblieben und irgendwas haben sie mitgebracht. Also, weiß ich jetzt nicht. Okay, Mary Jane da raus. Koffer. Gasmaske. Abfahrt. Mann, ey. Da muss man gucken, wie wir weiterkommen. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Wir wollten nur mal kurz einen Blick nach draußen werfen, um zu sehen, ob der Laden um die Ecke noch steht. Aber als wir die Tür öffneten, hörten wir ein Knurren in der Dunkelheit und einige Meter entfernt blitzte ein wildes Paar Augen auf. Uns blieben nur wenige Sekunden, um zu handeln. Taschenlampe? Das nehmen wir diesmal mit. Weil wir wissen ja ungefähr, was wir noch brauchen und das haben wir alles noch da. Wir beschlossen, mit der Taschenlampe nachzusehen, was da auf uns lauert. Es war ein Hund. Der arme Kerl war ganz erschöpft, also haben wir ihn für die Nacht bei uns aufgenommen. Am nächsten Morgen haben wir ihn wieder rausgelassen. Er ist noch nicht zurückgekommen, hoffentlich sehen wir ihn bald wieder. Ich sage immer ja. Wir haben an einer der Wände seltsame Pilze entdeckt. Nahrungsknappheit ist nicht lustig. Vielleicht sollten wir uns also ein oder zwei Happen gönnen. Was soll schon Schlimmes passieren? Ja, eben. Das hat bisher auch immer geklappt. Haben die dann... Ja, die haben alle Hunger. Dann nehmen wir die Pilze mit. Und bisher, ich habe das ein paar Mal gemacht, ist noch keiner krank geworden. Aber sie hatten alle keinen Hunger mehr. Nein, Dolores ist krank. Ich kann das doch alles nicht mehr. Das ist Schwierigkeit leicht. Die werden oft mittel und schwer nicht mal krank. Heute haben wir etwas gelernt. Tomatensuppe ist unsere beste Freundin, ganz im Gegensatz zu Pilzen, Igitt. Ja, super. Und Temi ist ja auch noch krank. Ne, ich ziehe das jetzt mit dem Hund durch. Genug von diesem langweiligen Fadenwasser. Dolores hat total Lust auf eine heiße Tasse Kaffee. Den guten amerikanischen Kaffee, der so schwach ist, dass man nach fünf Tassen immer noch müde ist. Aber wo sollen wir im Ötland Kaffee finden? Das Lieblingsdiner von Dolores war nur ein paar Blocks entfernt. Vielleicht kann von dort ja jemand Kaffee holen. Aber wer, sie selber, wenn sie Kaffee haben will? Und da war doch irgendwas. Das hat uns doch bei noch was geholfen, glaube ich. Also einmal, dass sie nicht mehr durstig war, glaube ich. Klasse, wir haben eine Kanne kalten Kaffee gefunden. Er schmeckt komisch. Und wir haben weder Zucker noch Milch, um daran etwas zu ändern. Aber es geht schon. Das ist besser als das fadeleicht verstrahlte Wasser, das wir bis jetzt getrunken haben. Die Kanne reichte nur für ein paar Tassen, die wir in wenigen Minuten leerten. Und danach waren wir alle wach und zu allem bereit. Zumindest für die nächsten fünf Minuten oder so. Genau, ihre Müdigkeit verlieren sie alle. Genau. Wir müssen denen Suppe reichen. Wir könnten zusätzlich Vorräte gebrauchen. Auf unserer letzten Sammeltour haben wir in der Nähe einen beschädigten Panzer im Schutt gesehen. Wie wäre es, wenn sich den einer näher anschaut? Ja, nee. Nee. Das Militär scheint wieder ein bisschen zu funken. Wir entschieden uns gegen eine Untersuchung des Panzers. Es könnte sich um eine Falle handeln. Oder es ist nur ein ausgebranntes Wrack. Das ist unsere Zeit und Mühe nicht wert. Genau. Eine Neuübertragung vom Militär. Sie sagt, sie müssen unsere ungefähre Position bestimmen und dass wir in der Nähe Markierungen hinterlassen sollen. Wir sollen dafür Karten nehmen? Ja, Spielkarten. Klingt seltsam, oder? Wir sollen an der nächsten Bushaltestelle eine Karte befestigen, die ihnen sagt, wie groß unsere Gruppe ist. Auch wenn es komisch klingt, wenn wir dem Folge leisten, sollten wir es gleich tun. Jo. Machen wir. Die Tür ist wieder gegangen. Mary Jane ist wieder da. Hat Koffer und Gasmaske wieder zurückgebracht. Eine Suppe und ein Wasser. Okay. Mary Jane ist jetzt allerdings ein bisschen meue. Ja, Wasser kriegen sie alle. Essen müsste eigentlich nicht der Fall sein. Timmy ist nicht gerade in der besten Verfassung, um nach draußen zu gehen. Dolores könnte fit genug sein. Ted scheint wirklich gut in Form zu sein. Dann schicken wir Ted raus. Obwohl er ja noch heile ist, also noch nicht krank ist. Das Kratzen an der Tür konnte nur eins bedeuten. Unser Hund war zurück. Wir rannten zur Tür, ohne auch nur daran zu denken, dass es genauso gut eine mutierte Bestie sein könnte. Aber wir hatten Glück. Unser vierbeiniger Freund sah wirklich müde und hungrig aus. Sollen wir ihn füttern? Ja. Armes Hundi. Ja, ein paar Vorrede brauchen wir. Der Hund war in kürzester Zeit wieder putzmunter. Keine Ahnung, was sie in diese Suppe schmeißen, aber sie ist einfach klasse. Wir fanden, der Hund sollte einen Namen haben und dass Pancake am besten zu ihm passt. Komm her, Pancake. So ein braver Junge. Pancake blieb eine Weile bei uns im Bunker, aber am nächsten Morgen war er wieder weg. Er kommt garantiert bald wieder zurück. Genau. Und deswegen... Hungrig, hungrig. Komm. Alle kriegen Essen. Genug herumgesessen. Es ist Zeit, an der Oberfläche noch ein paar Vorräten, zusätzlichen Vorräten Ausschau zu halten. Vielleicht hat ja etwas die Explosion überstanden. Vielleicht ist noch jemand am Leben. Finden wir es heraus. Ja, wir hatten gesagt, Ted, obwohl, ich sag Dolores, ganz einfach, weil die ist eh schon krank und kann ich auch weg, falls es nix wird. Wir müssen nur gucken, wie wir dann die Vorräte kriegen, falls sie nicht zurückkommt. Klingeling, da waren wir und dachten, wir würden nie wieder ein Telefon hören. Doch dann fing plötzlich irgendwo draußen eins an zu klingeln. Nein. Also das ist ja echt... Man sollte da wahrscheinlich nur drangehen, erstmal damit Ruhe ist, damit es nicht ständig wiederkommt. Hier ist alles okay. Ein heruntergekommen wirkender Händler besuchte uns und hatte einen ebenso lottrigen Sack über die Schulter geworfen. Er machte uns ein einfaches, einmaliges Angebot. Für eine Dosensuppe würden wir den Sack und seinen Inhalt bekommen. Wir können nicht sehen, was drinsteckt und der Händler wirft uns böse Blicke zu, wenn wir versuchen, uns dem mysteriösen Sack zu nähern. Sollen wir den Handel eingehen? Nö. Wir wollen die Katze nicht. So, wir brauchen Vorräte. Vielleicht kommt jetzt irgendwas mal, dass wir kleine Kinder überfallen können. Unsere Großeltern haben uns eingetrichtert, nie etwas ungesehen zu kaufen und dabei bleibt es auch. Keine Flohmarktkäufe mehr. Wir kommen auch ohne diesen mysteriösen Gegenstand in dem Sack gut über die Runden. Genau. So, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen was zu trinken geben. Ja, okay. Heute wurden wir von einem seltsamen aussehenden kleinen Mann besucht, der sich als Händler vorstellte. Er versicherte uns, dass seine Preise so niedrig seien, dass es schon fast kriminell sei. Das Mindeste, was wir tun können, ist, uns seine Waren anzusehen. Ja, wir haben, ja, wir kriegen die Karte für das Jahr. Doch, machen wir. Weil die haben wir schon gebraucht. Also das Kartenspiel haben wir ja schon gebraucht. Das brauchen wir maximal, glaube ich, um die Ölte bei Laune zu halten irgendwann mal. Aber die Karte ist viel wichtiger. Weil jetzt könnte es nämlich passieren, dass das Militär sagt, dass wir die Karte nehmen sollen und irgendwo hingehen sollen nochmal. Also doch ganz gut. Mary Jane hat Hunger. Jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen rationieren. Wir erschreckten uns heute etwas, als unsere Karte plötzlich von der Wand fiel. Ob unser Bunker verflucht ist? Als sie herunterfiel, offenbarte sie eine Art Safe in der Wand. Wir erinnern uns nicht, einen Safe eingebaut zu haben, aber wir können ihn vielleicht aufbrechen. Theoretisch haben wir alle Zeit der Welt. Sollen wir es versuchen? Ich sag mal ja. Nicht, dass jetzt wieder irgendwas kaputt geht, weil da was rausspringt, aber aus dem Safe, ne. Ach, die Spielkarten haben wir wieder bekommen. Schön. Timmy hat Hunger. Mh, 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 mh. Ei, 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 ei. Unter all den schlechten Ideen, die wir hatten, kommt dieser Ausflug definitiv unter die Top 5. Alles lief gut, bis wir merkten, dass es sich um eine Velociraptorherde handelt oder etwas, das aussah wie eine. Auch wenn es keine waren, war ihre Fleischeslust ähnlich der von Dinosauriern. Unsere Expedition musste das auf die harte Tour feststellen. Okay, ich hätte jetzt vermutet, dass es dann auch mal was Gutes gibt. Ich wusste, dass es passieren kann, dass da wer draußen bleibt. Aber kann nicht mal sein, dass da mal einer irgendwie 20 Dosen mitbringt? Ne, kann's wohl nicht. Als wir das Bellen hörten, waren wir sofort an der Tür. Diesmal lagen wir richtig, es war Pancake. Er war wieder da, aber er wollte nicht reinkommen. Stattdessen schien er uns unbedingt irgendwo hinführen zu wollen. Sollten wir etwas mitnehmen, bevor wir uns nach draußen wagen. Selbstverständlich die Axt. Oh, wir haben ganz viel Wasser bekommen. Plus 4. Wenn jemand eine Axt schwingt, sollte man ihm lieber aus dem Weg gehen. Die zwei Gauner, die uns begegneten, als wir Pancake folgten, mussten das auf die harte Tour lernen. Pancake war auch ein echter Held. Er jagte ihn hinterher und einer hätte dabei fast seine Hose verloren. Nicht, dass die irgendwer haben wollte. Igitt. Wer hätte gedacht, dass die beiden einen beachtlichen Wasservorrat haben? Vergessen ist die Hose. Wir sind auf ein flüssiges Vermögen gestoßen. Das ist wichtig und richtig. Dann können nämlich alle beide was trinken. Jetzt müsste eigentlich Dolores mal wieder kommen. Er hat die Tür gegangen. Suppe bitte. Ja. Gut, 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 gut. Sie hat den Koffer wieder mitgebracht. Zweimal Suppe, die Gasmaske weg. Ja, das müsste jetzt auch oben in Ordnung sein alles. Dann könnten wir... Na, wir warten nochmal ab, bis wir Dolores kitten, weil es ja noch diese Geschichte gibt mit Pancake. Ähm, dann müssen wir nochmal ein bisschen warten. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer kommt. Das Ödland ist keine Herausforderung für Mary Jane. Sauber. Die Armee sendet gerade eine weitere Nachricht. Der Befehl lautet, findet einen guten, hochgelegenen Ort. Erzeugt dann eine Reihe lauter Geräusche. Das sollte die Aufmerksamkeit der Armee auf uns lenken und sie zu uns führen. Oh, Leute, ich glaube, diesmal schaffen wir es easy. Es ist jetzt schon so weit. Hier nachkommen vielleicht noch ein oder zwei Stufen vom Militär. Wenn überhaupt. Und dann holen die uns da raus. So nämlich. Wir kletterten auf einen kleinen Hügel am Ende unserer Straße und spielten eine atemberaubende Version der Nationalhymne auf unserer bewährten Mundharmonika. Hoffentlich werden die Soldaten von dieser patriotischen Vorstellung zu uns geführt. Bis jetzt waren ein paar sehr verwundert, mutierte Kakerlaken, unser einziges Publikum. Und sie rannten gleich weg, als wir anfingen zu spielen. Hunger und Hunger. Genug herumgesessen. Es ist Zeit, rauszugehen. Koffer, Gasmaske nicht mehr, aber ich sage jetzt einfach mal, wir schicken Mary Jane so raus. Weil irgendwann muss die Strahlung ja mal weg sein, nach 30 Tagen. Weil die ist ja normal, ist nur nach ein paar Tagen schon weg. Ja, Wasser kriegen beide. Endlich haben wir uns das Fahrzeug in unserer Straße genauer angesehen. Es ist ein Eiswagen. Er hat zwar keine Räder, ist aber mit Metallrosten versehen. Aber wo sind nur die Waffen? Das Ding braucht Waffen. Wir sollten uns ausrüsten und nach draußen gehen, um passende Teile zu finden. Ja, das machen wir jetzt aus strategischen Gründen nicht. Weil ich weiß, dass man hinterher ganz viele Dosensuppen braucht, um mit dem Eiswagen verschwinden zu können. Und wenn wir uns jetzt, ich sag mal, diese Storyline noch dazwischen holen, dann dauert es umso länger, bis die Soldaten kommen. Weil wir wollen ja auch endlich mal raus hier. Wenn wir eine Waffe finden, behalten wir sie, um unseren Bunker zu schützen. In diesem Ödland lauern überall Gefahren. Es wird von Tag zu Tag barbarischer. Überall Rowdies, die sich mit ihren Baseballschlägern und Nudelhölzern bekämpfen. Ja, genau. Beide sind nur hungrig. Oh nein, Pancake ist zurück, aber er ist schwer verletzt. Irgendwer wollte ihn fangen oder hatte wer weiß was mit ihm vor. Schnell, wir müssen ihn retten. Wo ist der Verbandskasten? Deswegen habe ich den aufbehalten, weil Pancake gerettet werden muss. Haha, und neue Errungenschaft. Freundin Nöten, finde einen neuen Freund. Hier, Pancake. Hier. Pancake ist da. Den hatte ich ja wirklich noch nie, weil ich immer kein Medkit hatte. Jetzt fehlt noch Scharikow eigentlich. Mal gucken, ob die sich bekriegen. Also wenn der Händler nochmal kommt, nehmen wir Scharikow auch. So, Pancake ist da. Wunderbar. Es dauerte eine Weile, aber wir konnten Pancake verarzten. Diesmal lassen wir ihn nicht wieder gehen. Das ist echte Liebe. Liebe zu unserem Hund. Pancake. So, Pancake, was machen wir mit dir jetzt? Wie geht denn das hier weiter mit dir? Klingeling, da waren wir und dachten, wir würden nie wieder ein Telefon hören. Nö. Nur Pancake braucht auch was zu fressen, ne? Nicht, dass er uns hier die ganzen Dosensuppen wegfrisst. Aber der sieht artig aus, auf jeden Fall. So, wie sieht's bei den Jungs und Mädels hier aus? Hunger. Ja, ja, ja. Heute begegneten wir einigen Menschen, die ausseilen, als hätten sie sich zu Halloween als Ärzte verkleidet. Sie betreiben angeblich eine Art Feldlazarett. Sie gehen von Ort zu Ort und versuchen denen zu helfen, die durch die Gefahren des Ödlands verletzt wurden. Ihre Vorräte wurden allerdings von einem Wesen gefressen, das wie Bigfoot aussah. Sie fragt, ob wir etwas Wasserstoffperoxid übrig haben. Ja, haben wir. Geben die uns nicht was dafür? Vielleicht ein Medkit oder so? Ja, geben wir mal, weil Wasser haben wir noch ein bisschen. Ich glaube, von denen kriegen wir irgendwas. Ja. Nö. Wir fragten die Ärzte nach ihrer Zulassung, doch ihre Ausweise hatten sie angeblich alle in einer anderen Hose vergessen. Wir trauten uns nicht nachzufragen, ob sie wirklich nur von einer Hose sprachen. Stattdessen gaben wir ihnen eine Wasserflasche und wünschten ihnen eine gute Reise und mehr Hosen. Ja, okay, gut. Ist halt jetzt so, Moment, ich muss gucken wegen Hunger. Okay, geht noch. Wir sind wirklich in einer misslichen Lage. Die Vorräte gehen zur Neige und außer uns selbst wird sich niemand um uns scheren. Wir wissen genau, dass eine unserer Nachbarinnen einen Bunker hat, dessen Falltür kaputt ist. Und da könnten sich noch Vorräte befinden. Natürlich hat sie es mit ihren Kindern möglicherweise rechtzeitig geschafft, aber wir können ihre Sachen wirklich gebrauchen und wir sind stärker. Sollen wir sie mal besuchen? Ja. Ist so. Hier ist Wasteland. Die haben wir aber ausgeraubt. Guckt euch das mal an. Wir haben wieder mehr Vorräte, aber aus irgendeinem Grund sind wir nicht sehr froh darüber. Sprechen wir einfach nie wieder über diese Angelegenheit. Viermal Dosensuppe und zweimal Wasser, weil das hat nämlich Mary Jane mitgebracht, das Wasser. Es fehlt noch ein Medkit und dann wäre alles super. So hungrig sind sie alle. Jetzt wäre natürlich auch das mit dem Eiswagen vielleicht schon nicht schlecht gewesen, aber jetzt kriegen erstmal alle was zu essen. Das kann natürlich keiner ahnen. Draußen scheint es schrecklich still zu sein. Vielleicht ist es sicher, vielleicht nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir uns hinauswangen. Dann kann Dolores wieder raus. Ui! Als wir heute Morgen ein Klopfen an der Tür hörten, hielten wir vor Angst den Atem an. Wir hörten aber schon bald Kinderstimmen von draußen. Wir entschieden uns zu öffnen und es stellte sich heraus, dass es zwei Pfadfinderinnen waren. Früher verkauften sie Kekse, aber jetzt haben sie ihr Sortiment erweitert. Kluge Mädchen. Ja, wir kriegen ein Medkit für diesen Boy Scout, dann nehmen wir das nochmal. Das ist doch gut. Ähm, ich überlege gerade, ob wir Dolores wirklich kitten sollten oder ob wir sagen, komm, geh raus. Und wenn sie nicht wiederkommt, dann kommt sie halt nicht wieder, dann ist es so. Und für die anderen beiden das Medkit übrig zu lassen. Die Mädels waren sehr nett und machten uns überaus faire Preise, also nahmen wir ihr Angebot bereitwillig an. Echt clever, dass sie ihr Geschäft sogar nach der Apokalypse weiterführen. Wir sind beeindruckt. Yes. Ich auch. Hungrig, hungrig, hungrig. Alle kriegen was zu essen. Dolores kitten wir einfach nicht. Die geht nach draußen und abfährt. Mit dem Koffer. Weil es wirklich sein kann, wenn Ted jetzt auch noch krank wird, dann wird es wirklich schlecht, wenn dann jetzt zwei krank sind und so haben wir noch ein bisschen Zeit, solange wie Dolores draußen ist, ob sie wiederkommt oder nicht. Und dann können wir sie immer noch kitten. Hungrig, durstig, Dehydrierung. Ted und Mary Jane geraten immer wieder aneinander. Heute haben sie sich über Filmcharaktere gestritten, um genau zu sein darüber, wer in einem ultimativen Kampf gewinnen würde. Malefiz mit einer Axt oder die böse Königin mit einem Gewehr. Es ist mit Sicherheit keine einfache Frage und die beiden liefern sich eine hitzige Debatte. Wer wird als Sieger daraus hervorgehen? Dann nehmen wir gar keinen. Das überspringen wir nämlich mal, weil dann haben beide recht. Ja, Pancake sieht auch noch zufrieden aus. Er freut sich. Nach stunden wilden Gestikulierens, lauten Streit, emotionalen Zurückweisungen und ein oder zwei Tortendiagrammen haben Ted und Mary Jane sich endlich darauf geeinigt, dass keiner der beiden gewinnen kann. Sie haben sich die Hand gegeben und wieder vertragen, aber es ist offensichtlich, dass die ganze Sache sie immer noch nervt. Ja, okay. Aber sie haben sich halbwegs vertragen, ist doch gut. Pancake ist extrem unruhig. Es wäre wohl gut, ihn eine Weile rauszulassen. Vielleicht findet er ja etwas Interessantes. Ja, bestimmt. Ist ja auch ein Suchhund für Vorräte. Wer ist er wieder? Eine Suppe. Gut gemacht, Pancake. Auch wenn Dosen nicht unsere erste Wahl wären, werden uns die, die Pancake mitgebracht hat, schon weiterhelfen. Das sage ich aber auch. Hungrig und hungrig. Komm, dann gib's nochmal eine Supp. Die letzte Meldung ist schon eine Weile her, aber heute haben wir wieder vom Militär gehört. Wir sollen eine Person schicken, um sich mit ihnen zu treffen. Klingt wie eine Vorsichtsmaßnahme. Oder eine Falle. Hoffentlich wissen wir, worauf wir uns da einlassen. Wen sollen wir schicken? Mary Jane. Die sieht am vertrauensvollsten aus von uns. Wir haben es zum Treffen geschafft. Der ernste Soldat stellte uns ein paar Notizen und sagte uns, man würde sich bei uns melden. Hoffentlich haben wir einen guten Eindruck hinterlassen. Zu dumm, dass unsere Sonntagskleidung die Explosion nicht überlebt hat. Die haben eigentlich immer Hunger, ne? Das ist Wahnsinn. Heute hat uns jemand einen Besuch abgestattet. Eine übertrieben gut gelaunte Dame mit roten Haaren. Sie wurde von einer mürrisch wirkenden Söldnerin begleitet, die wahrscheinlich ihre Leibwächterin war. Sie stellte sich uns als Händlerin vor und zeigte uns bereitwillig ihre Waren. Jetzt wollen wir natürlich nicht das Mad-Kit eintauschen wieder. Ja, und die Taschenlampe brauchen wir aber vielleicht auch noch. Weil verteidigen mussten wir uns bisher noch nicht, also... Ja, das lassen wir. Wir haben ja auch noch die Axt und das Vorhergeschloss. Es klopft. Wegen ihrer verdammten Heiterkeit war es echt schwierig, sie abzuweisen. Aber wir haben es trotzdem getan. Die Frau war anscheinend etwas enttäuscht und versuchte uns, die Baupläne für irgendeine seltsame Waffe zu verkaufen. Auch hierauf sind wir nicht eingegangen. Denn wir haben hier eh keine Werkzeuge zur Verfügung. Wasser. Wir hätten nicht erwartet, dass wir unsere Nahrungsvorräte mit einem einfachen Kartenspiel aufstocken könnten. Aber genau das hat uns der Mann angeboten, der heute an unsere Falltür klopfte. Zwei Dosen. Wenn wir gewinnen, bekommen wir seine Dosen. Wenn wir verlieren, bekommt er unsere. Sollen wir es wagen? Nö. Kommt eh nie was bei rum. Glücksspiel ist ein schreckliches Laster. Genau. Und deswegen machen wir das nicht. Eine heruntergekommen wirkt, der Händler besucht. Ey, jetzt. Also, jetzt kommt der Händler mit der Katze im Sack. Was passiert, wenn man die Katze... Also, es ist natürlich blöd, wenn jetzt dann irgendwie das... Komm, das mal... Ich will die Katze haben. Komm, her damit. Hunde gegen Katzen. Es kann nur einen geben. Oh wei. Oh nein. Oh nein. Na, ich hab schon irgendwas gedacht. Dass da ein... Einer hinten... Ach, nö. Nachdem sich die Falltür hinter dem Händlerschloss begann, sich der Sack wild zu schütteln und es gab schreckliche Laute von sich. Vor Angst wichen wir an die Wand zurück, als die Bestie letztendlich aus ihrem Gefängnis entkam. Stellte sich heraus, dass es sich um einen missgestimmten Hauskater handelte. Der Kater blickte uns bedrohlich an und setzte sich in eine Ecke, um sich zu putzen. Auf seinem Halsband steht Scharikow. Ja, hier ist das mit dem Hund. Scharikow brauchte nur eine Minute, um den Hund klar zu machen, wer hier der Chef ist. Pancake knurrte den Kater an, blickte uns enttäuscht an und ging dann, ohne noch einmal zurück zu blicken. Schade, dass sie sich nicht vertragen haben. Scheiße, ich hab mir sowas gedacht. Aber eine Errungenschaft immerhin bekommen eben gerade. Tja. Eine Frau auf einem angeblichen Kamel kam vorbei. Seit wann haben Kamele fünf Beine? Das Tier ist mit Handelsgütern bepackt. Ja, Wasser, ja, komm, die Munition brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir noch ein Wasser. Toll, jetzt fängt das mit der Katze von vorne an. Pancake wird uns doch bestimmt auch eigentlich rausholen, ne? Und da waren wir ja schon ein bisschen weiter. Ui, was? Ach so, Dolores ist weg. Okay, wir haben mit der Händlerin Waren getauscht. Okay, wir glauben nicht, dass Dolores von der Oberfläche zurückkehrt. Sie ist schon zu lange weg. Okay, Timi und Dolores sind Geschichte. Vater und Tochter noch. Naja, aber es sieht nicht schlecht aus. Also, ich würde jetzt auch keinen rausschicken. Zeit, im Radio zu lauschen. Vielleicht erfahren wir ja irgendwie, wie wir dieses Chaos bewältigen, ja. Ja, die Katze macht jetzt wieder dieses neue Storyline auf, ne? Was? Eine freundliche Seele sprach im Radio über ein Vorratspaket, das sie auf ihrer letzten Tour durch unsere Stadt verloren hat. Uns wurde sofort klar, dass sie durch unsere Straße gefahren sein muss. Wir stürmten ins Freie, sicherten uns das Paket vor allen anderen. Zweimal Wasser, einmal Suppe, einmal Munition. Nehmen wir. Dann können wir auch Wasser und Suppe geben, beides, damit sie da zufrieden sind. Der Mülleimer wird immer widerlicher. Wenigstens vergeht uns bei seinem Anblick der Appetit, also sparen wir etwas Essen. Aber wir würden das schon ganz gerne bereinigen. Diese riesigen grünen Kakerlaken sind eine gute Motivation. Das machen wir, die machen wir gleich weg. Lassen jetzt hier keine Zweifel aufkommen. So, gleich haben wir Tag 50. Da haben wir nochmal Schwein gehabt, die Kakerlaken sind tot. Wir schicken wieder keinen raus. Die Langeweile und die Stille sind erdrückend. Zu schade, dass wir keinen Fernseher haben, aber vielleicht können wir einige unserer Vorräte nehmen und so tun, als wären sie Requisiten bei einem Filmset. Ja, eine Axt oder was? Nein. Die, äh, wenn die mit der Axt rumhantieren, das wird doch wieder nix. Dad und Mary Jane schienen enttäuscht. Doch wir haben gerade Wichtigeres zu tun, als Theater zu spielen, so nämlich. Okay, momentan sieht's gut aus. Als wir versuchten, den kleinen Teufel zu streicheln, fiel uns ein Zettel auf, äh, auf, der an seinem Halsband befestigt war und auf dem eine Adresse geschrieben stand. Könnte es sein, dass sein Besitzer noch lebt und krank vor Sorge ist? Die Chance ist nicht sehr hoch, aber vielleicht können wir ihn ja besuchen oder zumindest vergewissern, dass er tot ist. Ja, dann machen wir diese Storyline halt auch noch auf. Herrgott, wir haben noch genug Vorräte, wir haben ein Medkit, wir brauchen keinen rausschicken. Ich würde hier mal eine Prognose abgeben, dass wir auf jeden Fall rauskommen. Kurz bevor wir am Ende der Straße ankamen, wurden wir von zwei Männern in dunklen Mänteln aufgehalten. Sie eilten dem Kater entgegen, hoben ihn hoch und sagten, dass sie ihn schon eine ganze Weile gesucht hätten. Scharikow gehöre einer alten Dame, die ihn sehr lieb habe und den kleinen Racker schon vermisse. Wir ließen sie gewähren und gingen zurück in unseren Bunker. Den Kater schien es nicht zu stören, warum also zu uns? Zum Glück ist er in den letzten Tagen nicht zu sehr ans Herz gewachsen. Also uns nicht ans Herz gewachsen. Hungrig, durstig. Neulich hörten wir ein leises Klopfen an unserer Falltür. Doch als wir sie öffneten, stand da bloß ein Koffer und es war niemand zu sehen. Es steht kein Name drauf, aber er sieht aus, als sei er für uns. Sollen wir nachsehen, was drin ist? Auf gar keinen Fall. Diese Koffer sind verflucht. Das ist ganz einfach. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Genau, deswegen lassen wir den Koffer einfach zu. Dehydrierung, Dehydrierung. Komm, die kriegen auch alle nochmal Suppe. Was soll denn der Geiz? Und bleiben drin. Unsere Situation verschlimmert sich von Tag zu Tag. Hunger und Verzweiflung stehen jedem hier ins Gesicht geschrieben. Wir wissen, dass ein Lehrer von hier einige Kinder gerettet hat, als die Bombe fiel. Wir wissen außerdem, welche Vorräte in der Schule liegen, da wir als Teil der Gemeinde geholfen haben, sie dort für den Notfall zu deponieren. Theoretisch gehören sie also uns, oder? Sollen wir sie uns in dieser Stunde der Not zurückholen? Nein. Wir haben genug. Diesmal lassen wir die Kinder in Ruhe. Vorhin hätte ich sie noch ausgeraubt, aber jetzt nicht mehr. Wir sind keine Räuber. Natürlich sind wir keine Räuber. Wir bleiben wieder drin. Was wir zuerst für Donner gehalten haben, stellte sich als ein lautes Hämmern gegen die Falltür heraus. Entweder hat jemand einen Hass auf diese Tür, oder er will sicher gehen, dass wir reagieren. Sollen wir aufmachen? Ja, weil... Das können jetzt auch die Soldaten sein. Komm. Ende. Ja. Na, siehste. Da haben wir's doch. Die Soldaten retten uns. Zu unserer allgemeinen Überraschung fanden wir Scharikoff heute Morgen wieder in unserem Bunker. Wir wissen nicht, wie er zurückgekehrt ist, oder warum. Hat er uns vermisst? Unsere Nettigkeit? Unseren Optimismus? Oder will er was von unseren Dosensuppen abhaben? Die Zeit wird es zeigen. Ne, die Zeit wird es nicht zeigen, weil wir uns jetzt gerettet. Wir haben es geschafft. Unsere tapferen Soldaten haben uns gerettet. Beim Anblick ihrer stattlichen, von radioaktiven, glibber überzogenen Uniformen kamen uns ehrlich die Tränen. Hoffen wir, dass unser verzweifelter Überlebenskampf beendet ist und wir endlich einen Neuanfang wagen können. Yes. Sehr schön. Tag 54. Eine lange Reise. Ja, okay. Auf Schwierigkeit leicht hat man gesehen. Man kriegt wirklich immer mal viele Vorräte. Und irgendwie diese ganzen Räuberbanden sind nicht draußen im Ödland. Also wir mussten uns nicht einmal verteidigen. Ne, nullmal verteidigt. Siebenmal ja, zweimal nein, haben wir gesagt. Damit, mit diesem Erfolgserlebnis, bedanke ich mich bei euch. Ja, lasst gerne nochmal ein Abo, Like da und so weiter, falls ihr es noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. I can feel my body Fold against the concrete But I can't seem to get enough My mind is fixed on what it wants I just let you beat me Looks can be deceiving Let you get the best of me